und damit hallo und herzlich willkommen meine lieben Retro Freunde hier beim Retro Juli und zu einem neuen Paar von Super Mario Sunshine. Yo Mario springt ihr schon wie wild durch die Gegend Erbel. Endlich anfangen hier ein neues Level zu erleben und ich würde sagen wir werden gar nicht weiter drum herum reden und starten einfach mal ein neues Level hier. Ich weiß gar nicht ob hier noch eins ist. Haben wir hier schon alle erledigt? Wir können ja mal gucken. Ich guck mal kurz rein. Ich weiß nämlich jetzt nicht ob wir da schon alles hatten oder ob noch irgendwas fehlt. Mal schauen. Das scheint ja das scheint eigentlich alles erledigt zu sein aber da unten rechts dieses Fragezeichen das irgendwie ja das macht mir ein bisschen stutzig. Weil irgendwo irgendwo war noch eine Welt wo eine Bonuswelt wo du noch äh ne Moment. Ich glaub hier. Da war doch ein Geheimraum und ich glaub in jedem Geheimraum musst du zweimal rein. Einmal normal ohne ohne den äh Dreck weg und einmal mit. Ich glaube mit haben wir ja noch nicht gemacht. Also das heißt wieder rote Münzen sammeln. Das muss ich mir mal ein bisschen wieder reinfinden. An der Technik hier. Ich hab's jetzt länger nicht gespielt. Muss ich ehrlich sagen. Ich hab's jetzt länger nicht gespielt. Muss ich ehrlich sagen. Komm mal. Ich muss mir aber ein bisschen reinfinden ja. Ich hab hier aber doch klargemacht. Hab ich die To- die Kraketendüse hab ich hier leider nicht. Ne. So. Musste ich jetzt hin? Da hinten oder wo? Ich lehre noch ein bisschen. Ach. Das wird natürlich ne äh. sehr schwierige Aufgabe hier. Ah. War das jetzt hier? Ja. Wie gesagt. Es wird ne schwierige Aufgabe. Gleich die roten Münzen da zu sammeln. Aber naja. Man muss es ja machen. So. Wo war das jetzt? Alles hier? Alles nur mal hier hoch. Ah. Moment. Ah. Da hinten. Da hinten. Schaff ich das eigentlich so? Höh. So. Brauchtest du eigentlich hier? Weißt du nicht, ob das... Ach. Da lässt du schneller. Da ist aber sicherlich jetzt so ein roter Knopf. Für die roten Münzen oder? Ja. Sag ich doch. Sag ich doch. Oh. Ah. Das wird oder was. Dit wird oder was hier. So. Na dann. Jetzt legen wir mal los. Sammler 8 vorher. Wie viel Zeit haben wir denn? Anderthalb Minuten. Jetzt. Und nicht. Ne. Das wird das wohl jetzt ein... Kann ich das wohl rückgängig machen? Kann ich hier wohl raus? Ich glaube das war ein Fehler, dass ich jetzt diese Düse da hier unter... Kann ich das wohl weg machen? Oh ne. Kann ich das nicht... Hm. Na klar. Wie soll ich das jetzt machen? Kann ich hier irgendwie wieder raus? Ich meine das... Ich meine das vom Felder zu sitzt. Diese... Turbo Düse jetzt geholt habe. Weil ich glaube das erschwert die Aufgabe... So ein bisschen. Ja. Ich muss ja mal gucken. Da drüben schon mal eine. Und hier rauf? Dann muss ich... Oh ne. Das kriege ich nicht hin. So. Ich glaube ich muss immer raus. Ich darf die nicht holen. Also ich geh immer raus. Kann ich hier irgendwie wechseln? Nee. Nee. Dann muss ich... Oh komm... So komme ich hier nicht raus. Dann muss ich immer raus. Ja. Ich darf die, äh... Turbo Düse nicht nehmen. Und ich habe nur noch ein Leben. Und ich weiß nicht was passiert wenn ich gemore gehe. Oh man. Ja das kann ich auch nicht wissen jetzt. So. Jetzt schnell hin. Habe ich die jetzt immer noch näher wird. Also heißt das das Ding hier nicht holen. Das... Das heißt ich brauche das, äh... Schnell durch gerade, lass mich ruhe. Schnell durch, wapp wapp wapp. So ist hier rüber. Oh, gerade so. So, ist rein hier. Die lass ich schön stehen. So, dann probieren wir mal unser Glück. Und los. So, ist jetzt hier noch eine, ne? Da ist noch eine. Und das Leben, das nehme ich mit. Jetzt habe ich ja das Teil. Nicht, dass hier unten eine ist. Ich hoffe jetzt hier unten ist nicht noch eine. Aber dann habe ich ein Problem. Drei. Ich befürchte es bald. Dass da unten eine war. Hier ist noch eine. Nein. Oh, ich habe mich noch mal gerettet. Oh. Das kostet doch jetzt einiges an Zeit, ey. Was? Ich sehe unten keine. Mann, scheiße. Blöder. Komm runter. Da. Oh, ey. Da unten ist der. Ich glaube ich nicht mehr. Warst du nicht runterfallen? Unmöglich. Ne. Ach, das ist scheiße, ey. Ach, das ist scheiße, ey. Ja. Können wir jetzt noch gucken, ob wir jetzt da oben sind? Ne, ich glaube ich auch nicht mehr. Ach, aber immerhin. Ich glaube unten war keiner. Vor allem, ich habe jetzt nur noch keinen. Ne, ne? Achso, ich habe einen. Stimmt, ich habe jetzt mal geholt. Ach, wirst du über den Knopf treffen? Jetzt habe ich nicht gewechselt. Das hieß doch nicht. Warum lässt er denn nicht die Anroldüse sein? Mann. Das ist wichtig, das ist das eine. So, habe ich jetzt. Wechseln bitte. Danke. So. Wichtig ist, dass ich dieses Lähm hier immer bekomme. Dann kann ich wenigstens nicht gemohen. Nicht, dass hier irgendwas ist? Ja, der geht ja auch hoch. Ich glaube nicht, oder? Nee. Ich glaube nicht, oder? Nee. So, der Tropf hier. Sie müssen Elemente. Hier kann ich ja nicht schneller machen. Wie soll ich denn? Ja. Mann. Vor allem, der dreht doch so komisch schräg. Das hat er doch vorher nicht gemacht. Wechseln, das wird doch eine Herausforderung, ey. Aber das ist durch der letzte, den es hier gibt, oder? So. Ich kann mich auf jeden Fall nicht in irgendein andern, oder in andern, ich kann mich nicht hier sehen. Schnell Mario, schnell! Wichtig, das Slam. Wie gesagt, wenn ich immer das Slam hier hole, dann befürchte ich ja nichts. Schreibe ich das von hier schon? Schreibe ich das schon, oder? So. Ist halt dumm, dass der so, der macht so eine kleine Schrägung, weißt du was? Ich hab ihn verpasst. Na, das kann ein bisschen dauern. Mann, ich hab auch keine Lust hier zu schneiden. Mann! Das müsste doch mal hier noch so mit... Mit Fällen, wollte ich grad sagen. Und ich hab wohl wohl noch nicht gewechselt. Mann, warum kann das denn nicht bleiben mit den andern? Oh, jetzt hat's die Fehrliche. Mann, ich hab echt keine Lust, gegen den Over zu gehen. So, das Leben. Ey, man muss es... Zweimal muss es sich, glaub ich, drehen. Den Katsch hab ich's... Schau ich's rüber, wollte ich grad sagen. Komm, 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 komm. Los. Die Stelle ist halt ein bisschen doof hier. Ich weiß nicht, wie ich hier... Ach komm, ich hab's doch gehabt, oder? Warum kann der da eigentlich nicht schneller runterkommen? Das ist doch ein Witz. Aber ich kann... derzeit kann ich mal hier... Gucken, ob hier drüben vielleicht... Ne. Ne, jetzt hier drüben ist keiner. Da müssen alle da oben sein. Ach, Mann. Ey, der erste Raum ist schon... Oh, so. Da muss doch doch irgendwas... Wechseln. Das mach ich schon relativ schnell, jetzt hab ich ein bisschen abgekürzt. Ich glaub, ich bin nicht zu viel nehmlich, dass ich... Na, kein Wasser mehr, also. So, wie mach ich das jetzt hier am besten? Mann, ich hab's... Ehhhhh! Boah, das ist echt schwer, ey. Warte, jetzt müssen die Blauen sich drehen. Ja, das war's. Woah, Alter. Hab ich aber gerettet, ey. Was hat natürlich jetzt einige sind... Zeit, die kostet. Ich muss jetzt was berühren. Und das war scheiße. Oder? Ja. Das war scheiße. Wenn's hier wirklich zu lange dauert, schneid ich das rein. Das wird der Port ja viel zu lange dauern. Wie gesagt, solange wie ich das Leben hole, ist alles Tote hier. Ich würde dann noch mal probieren, ob ich das schaffe. Das ist halt ne beschissene Stelle, Junge. Bleib auf dem Ding. Bleib auf dem Ding. Ach ja. Ja. Was? Ey komm, das ist lächerlich. Das ist lächerlich jetzt. Das war wirklich lächerlich. Ohne Scheiß. Warum ist der jetzt ja bitte runtergerutscht? Wenn ich stand gerade drauf. Hallo? Schwachsinn. Ohne Scheiß jetzt ja. Was prob ich denn, ob ich das... So schaffe. Da. So, wie hab ich das jetzt gemacht hier? Von vorher gesprungen glaube ich, ne? Ja. Wenn die Kamera so nicht grad die beste jetzt hier... Komm, jetzt können sie's schaffen. So, wo sind die Lassen? Manu! Ich kann ja auch nicht warten. Nee. Krampf hier, ey. Ich kann ja auch nicht auf die Dinger unbedingt warten, weil ich muss ja weiter. Ich kann ja auch nicht auf die Dinger unbedingt warten. So, also muss ich hier... ...gleich fliegen. Genau. Und gleich nochmal die gleiche. artig medo Ruhig, Mario. Sitz hoch. Hoch, bitte! Oh, er hat sich noch mal gerettet und will trotzdem. Wie kommst du denn da oben? Fährt das Ding denn überhaupt so weit? So scheiß jetzt furcht. Schneller, schneller, schneller! Hey, was ist denn jetzt hier? Sehen Sie wirklich, ich kann ein paar Leben fahren bisher, wenn ich immer die zwei da kriege. Jetzt habe ich diesen Teil hier relativ gut im Griff und dann ist sowas hier. Okay. Ich musste mal gucken. Wie mache ich das jetzt am besten? Nee. Warum f... Wüsste was? Wüsste was? Ich glaube, ich schneid's euch rein. Das muss doch einfach mal klappen, ey. Ich spreche hier an den... Da bin ich so bei... Neu ist doch komplett falsch, ey. ... 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